Jetzt lebe ich seit einem halben Jahr den Koran. Jetzt möchte ich ganz übertreten. Okay, dann machen wir das. Also du bezweigst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Ja. Und du bezweigst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasul Allah Ja, dadurch bist du jetzt muslim geworden. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Ich fühle mich ab viel näher drühen. Und es ist immer noch unbeschreiblich. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich darf auf den richtigen Weg. Das ist der einzige wahre Weg. Ja. Alle anderen Wege führen nur in die Hölle. Allah-u-Akbar Allah-u-Akbar Ich habe hier und ich hoffe, dass es nicht nur in der Hölle ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!